Ich will mir noch Theo Stratmann Video reinziehen. Ich nehme dieses Video gerade im Hotel in Kroatien mit einem provisorisch zusammengegumperten Setup auf, auf UpRed angelehnt, deshalb verzeiht mir bitte die Tonqualität. Oh na, Theo Stratmann, Brault hat mir auch Memos geschickt. Wollt ihr sie hören, Chat? Soll ich sie liegen? Nach, beim nächsten Video, die rote Tonqualität. Wir beschäftigen uns heute mit Theo Stratmann aus der Steuerung F-Doku über diese superreichen Suppenkumbos, die ständig im Privatjet rumjuckeln, während ich 14 Stunden lang Zug fahren wollte, um nach Jekka zu kommen. Spiels Batman. Selbstverständlich wollte ich das machen, anstatt nur ein einziges. Okay, Chat, ich gebe euch kurz einen Blick. Ja, Bro, folgt mir sogar auf Instagram. Ich zeige kurz nochmal die Memos. Ich würde gerne noch kurz was dazu sagen. Wahrscheinlich interessiert dich das eh nicht, weil du liest das nochmal. Aber, wie gesagt, ich bin ein normaler 18-Jähriger, vielleicht einfach ein bisschen privilegierter, als wäre ein bisschen mehr Geld verdient. Aber sonst ist das Ganze auch alles so polarisierend gemeint. Das habe ich ja jetzt auch in dem einen Video aufgeklärt. Und bald werde ich auch in ein, zwei größeren Shows sein. Und da werde ich auch das Ganze ein bisschen in größeren Shows, ja. Verstehst du? Dein Mo, danke für den Satz. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir sind alle sehr privilegiert, wie auch du. Du bist ja auch, ne, also dir geht es ja auch unfassbar gut. Mir geht es nicht gut. Deswegen bist du eigentlich ungefähr in der gleichen Situation. Mir geht es schrecklich. Aber falls das hier wieder in irgendeinem Video ist, ne, meine ganz andere Frage, ja, wozu willst du dein ganzes Geld eigentlich rein, ne, weil dir geht es ja auch gut. Was machst du damit? Zeigst du das einfach nicht? Oder auf dem Konto wird es ja auch nicht jünger, ne? Du musst das mal ein bisschen im Avion machen und deine Kreditkarte missen. Digger, ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Wo ich mein Geld reinstecke, Chat, ich stecke mein Geld meistens tatsächlich in Immobilien. Wir schauen mal rein. Der wird ja exposed. Ich bin sehr gespannt. ...Stunden zu fliegen, weil... Klima? Und nicht, weil ich mehr Angst vor dem Fliegen habe als KuchenTV davor, dass Shuyokas Umfeld sich nicht mehr zu ihm äußert. Daran hat das ganz sicher nicht gelegen. Gott sei Dank hat sich uns eine Mitfahrgelegenheit angeboten, die uns hierher buxieren konnte. Hat deswegen nur zwölf Stunden gedauert. Alpha Kevin hat bereits drei Videos zu Theo Stratmann gemacht und... Alpha Kevin, so out of content. Ich habe viele Theo-Szenen aus einem Video gemobst, weil die da so wunderschön komprimiert waren. Und weil es schneller geht. Ich bin hier, wie gesagt, im Urlaub. Ich bin mal sehr gespannt, was hier das Exposure ist. ...anstatt den ganzen Tag im Hotelzimmer anstelle des Strands zu vegetieren. Aber ich war mal wieder zum Vermalleteit faul, um vorzuproduzieren. Die Suppe, die ich mir hier aufgedischt habe, muss ich mir auch schön selber wieder in die Fotogruppe reinschnorcheln. Alpha Keg war übrigens auch damit einverstanden, dass ich das Video hier mache. Also ja, es hat ja mittlerweile halb... Ah ja, ich bin ja auch jetzt wieder erwähnt. ...YouTube Deutschland über ihn geredet. Aber irgendwie hat keiner angesprochen, was mir wie Monster Energy Dosen Spritzer ins Auge gesprungen ist. Hoffe ich zumindest, sonst wäre das jetzt ein bisschen peinlich. Ja, man kann das Rad eh nicht immer neu erfinden. Wir gehen jetzt auf Theo ein und bevor wir ihm... Ob das alles fake oder real ist. Also der, der anhand seiner Memos ist ja wahrscheinlich sehr, sehr bewusst, dass er einfach nur polarisieren möchte, Reichweite aufbauen will. ...buchnehmen und mal genauer auf seinen Reichtumsflex schauen, machen wir uns natürlich ehrenlos über diesen Kerl, der sich wie ein Schweine einmal benimmt, lustig. Söd ist auch sööd, da muss man ja auch ein bisschen mit Präsenz kommen. Das ist ja jetzt, wenn man da jetzt mit der deutschen Bahn kommt, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Man muss mit Präsenz kommen, sagst du. Deswegen hast du auch die Ausstrahlung einer leeren Cola-Büchse, die ordnungsgerecht von Jan Mandi in die Tonne verfrachtet wurde, was? Ähm, ich sag das jetzt mal ganz gut verblieben. Du strahlst mich nicht wie ein Superreicher, sondern wie BWL-Justus Jonas Eugen, der immer schon fünf Minuten vor der Vorlesung im Saal anwesend ist. Dabei beziehe ich mich nicht mehr auf sein Aussehen, sondern nur auf sein Charisma. Weil auf Aussehen gehen ist selbst für so einen ehrenlosen Bollerkopf wie mich so ein wenig doll ehrenlos. Ähm, dafür müsste er schon einen blauen Schal angehabt haben. Ach du Scheiße. Jetzt schreit wirklich alles nach BWL-Justus. Du solltest dir echt mal mehr Charisma antrainieren, damit kannst du neue Dialogoptionen benutzen und dich um vieles drumherum wiefen. Alles klar, jetzt wieder hier Cringe, fang an. Cringe, war mein. Nö, genauso viel Verantwortung wie Leute mit wenig Geld. Also Theo Stratmann fragt mich, woran ich mein Geld investiere, Digga. Ich bin Investitionsgenie. Ich verwalte das Konto der Allerjutsten. Über 100.000 Euro versoffen, das ist meine Schuld. Das wird ja oft auf die Reichen geschoben, ne? Also die fahren viel öfters in Urlaub. Ich spende alles. Aber die reißen sich auch fünfmal mehr den Arsch auf. Das ist halt auch mal so die Frage, wer tut was, ne? Zum Beispiel, ich muss auch zum Beispiel für mein Geld sehr viel arbeiten. Ich muss streamen und mal eine Insta-Story hochladen mit einem Placement, mal ein Video drehen. Deshalb finde ich es auch nur gerechtfertigt, dass ich nächste Woche einfach mit einem Privatjet zu einem Privatjet pflege, mit dem ich dann in den Urlaub fliege. Also natürlich sind Leute, die irgendwie Lehrer, sind auch nicht unwichtig. Aber wenn man mal ehrlich ist, die tun halt auch wenig an. Er denkt, Reiche hätten die gleiche Verantwortung wie normale Bürger, würden sich per se aber fünfmal mehr den Arsch offen reißen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er denkt, alle Reichen würden sich den Arsch offen reißen, weil sein Arsch, wie mir deucht, zwei Kilometer weit offen steht. Sag mal einem Bauarbeiter mitten im Sommer, dass du fünfmal mehr Tokospalterei betreibst als er. Mal gucken, was er davon hält und mal schauen, wie schnell du wegrennen kannst. Natürlich haben sich viele Reiche kaputtgearbeitet, bis sie endlich den durchbrechenden Erfolg hatten. Ich zum Beispiel. Vorausgesetzt, sie wurden nicht schon in Reichtum oder in ein gemachtes Nest reingeboren. Das gilt halt nicht für alle und ich bezweifle, dass ein Grünschnabe wie du schon mal bockenschwer am Wuppen war. Mal abgesehen davon, ich hege so den einen oder anderen Zweifel an seinem krassen Reichtum. Eines meiner mehreren Indizien wäre, dass man quasi nichts, aber auch gar nichts, handfestes über sein florierendes Business herausfinden kann. Ja, das stimmt, man sieht halt nichts, ne? Wobei man normalerweise easy dazu in der Lage sein sollte. So, es ist nicht schwer, über erfolgreiche Businesses ein bisschen was zu lesen. Ich hab da was gefunden, aber das sah mir weder erfolgreich noch seriös aus. Digger, du bist reich und schaltest drei Werbungen. Das macht Twitch, die sind auch reich. Ich kann das nicht ändern. Und ich bin seit vier Jahren Insolvenz, talkt heimlich vor. Aber wo habe ich keine Freunde habe, wo habe ich keine Freunde habe. Danke, Chad. Das ist halt auch nur ein Anhaltspunkt. Dazu aber später mehr. Ich bin der festen Überzeugung, da ist etwas gewaltig im Busch. Was? Sein Gesammel wird übrigens von ihm selbst höchstpersönlich wenig später zerlegt. Die Reichen gewinnen halt immer, ne? Das ist halt so. Weil man halt einfach mehr Möglichkeiten hat. Mehr Macht, mehr Möglichkeiten, Punkt. Also es stimmt nicht, dass Reiche mehr Verantwortungsmöglichkeiten haben, aber sie gewinnen immer, weil mehr Macht. Merkst du selber, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Bei so einem Rumgerülpse vergessen Superreiche oder auch vermeintlich Superreiche wie er Dieses Bild. Ganz gerne mal, dass der Mittelstand die tragende Säule der Gesellschaft ist. 61% der gesamten Netto-Wertschöpfung, 55% der Arbeitsplätze, 80% der Auszubildendenstellen nur vom Mittelstand gestellt. Auf Social Media sind es auch nicht die großen YouTuber und Streamer. Es sind die kleinen bis mittelgroßen Creator durch ihre schiere Masse, die den Laden hier schmeißen und am Laufen halten. Ich bin der Wichtigste hier. Und vor allem die Zuschauer. Ist ja auch ein bisschen verschwenderisch. Wenn ich das jetzt einmal gegessen habe, dann kann der Rest auch, ich brauche immer gar nicht so viel, einfach so einen kleinen Geschmacksteaser, das reicht mir. Dann kann es auch weg. Wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaviar wegschmeißt, das ist ja eh nur Eier. Wenn ich mal einen wilden Tipp in die Runde schmeißen darf, er mag einfach kein Kaviar, wollte aber um das Image zu wahren, so ein wenig rumflexen. Kaviar schmeckt doch noch gar nichts, Digga. Weil es ehrlich gesagt... Aber Justin Nero wird zu arm sein, der wird so nie gegessen haben. Nicht bei wem das gut ankommen soll, sich teure Lebensmittel zu kaufen und sie dann mit einem arroganten Spruch direkt wegzuschmeißen. Außer bei Golddiggern oder Veganern, die mit dem Paradebeispiel zum Referieren für verschwenderische Dulliböcke gefunden haben. Zu Recht übrigens. Naja gut. Theo hat halt die Hucke vollbekommen, weil es beim gemeinen Pöbel nicht so gut ankommt, wenn man dem gemeinen Pöbel sagt, dass es nur ein Pöbel ist. Pöbel steht in seiner Denke übrigens für ganz normaler Mensch. Was machen wir denn jetzt als bescheidener Superreicher, der es sich bei ziemlich vielen verkackt hat? Den Pöbel vollpöbeln, bis die Balken krachen, weil... Ich bin reich! Hey meine Lieben, ich wollte einfach mal Danke sagen für das ganze positive Feedback, was ich von euch bekomme. Ich habe natürlich auch ganz, 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 ganz ein bisschen Kritik bekommen. Oh Mann, Junge, 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 Junge. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, verstehe ich auch nicht. Der Film zeigt mal einmal mehr, dass man sich zwangsläufig mit Intelligenz erreicht werden muss. Ja, das stimmt. Habe ich ja auch geschafft. Und darauf will ich halt auch mal gerne eingehen. Ich will auch mal was Gutes für die Umwelt machen, deshalb gebe ich heute mal was zurück und dachte, ich gieße mal meine Blumen, obwohl es schon geregnet hat. Äh, Theo, das sind die Blumen im Stadtpark Oldenburg. Genau, das habe ich ja auch gesagt, dass es ein scheiß Stadtpark ist und nicht irgendwo... Ich will dir die Illusion jetzt nicht nehmen, aber das sind nicht deine Blumen, du Dulli. Das ist kein Champagner dran, habe ich ja auch schon gesagt, das ist Wasser. Und es bildet sich null Schaum, auch beim Kippen nicht. Ich habe gerade bei diesem Frame nochmal genau hingeguckt. Ich würde 2000 Euro darauf wetten, dass das kein Dom Perignon Champagner ist. Also, ein bisschen peinlich, wenn man flexen will, aber dann sowas abzieht. Habe ich ja da schon auch im Video gesagt. Champagner ist perlig. Habt ihr da auch nur eine einzige Bubble drin gesehen? So sieht es aus, wenn man Champagner schüttelt. Aber es gibt ja auch noch eine Einschenk-Szene. Quasi als Antwort auf die Kritik, warum er denn so verschwenderisch mit dem Champagner umgeht. Mit einem Ruinant, ja. Gucken wir mal. Hey, es haben sich mega viele darüber aufgeregt. Ey, Theo, du bist verschwenderisch, du gießt deine Blumen mit Champagner. Und darauf wollte ich einfach mal eine kleine Stufe runterfahren und mir einfach mal ein schönes Gläschen auf den Freitag einschenken. Die Uhr, die erträgt übrigens auch kein sehr teures Modell. Schönes Gläser. Na, Mensch. Oh, sorry. Das war jetzt natürlich, äh, schönen Freitag. Äh, Theo, das ist Adruina. Genau. Und du auf die Billig-Champagner-Seite gehst und auf Billigste zuerst stellst, ist das der Erste, den du da findest. Ja. Es gibt zwar Teureren von dieser Marke, aber der kostet nicht mal 60 Euro. Ja. Der, in Anführungszeichen, Billig-Champagner aus dem Edeka gegenüber kostet deutlich mehr. Digga, eine Flasche Moje-Eis kostet trotzdem 71 Euro. Junge, wieso bin ich denn so doof und kaufe dir da den Club für 250 nix? Mal nehme ich meine eigene, mir dich vollidiot. Und mal abgesehen davon kam mir beim Eingießen auch wieder etwas sehr, sehr spanisch vor. Deshalb habe ich mal jemanden angehauen, der in dem Bereich Expertise besitzt und nach seiner Meinung zu den beiden Video-Ausschnitten, die wir hier im Video gezeigt haben, gefragt. Feuer frei. Ich glaube auf jeden Fall, dass er ein Blender ist. Ich habe selbst sehr lange im Einzelhandel gearbeitet und da hatten wir auch gerade im Sommer immer mal wieder Verköstigungsstände, wo dann auch etwas teurerer Champagner ausgeschenkt wurde. So, und wenn du da mit der Ameise, mit einem Hubwagen oder derlei Dinge in der Längs fuhrst, dann war der Boden am Beben dementsprechend, weil die Teile ja schwer sind. Oder wenn jemand mal gegen den Verköstigungs-Tisch gestoßen ist und das Zeug war sofort am Schäumen. Und so wie er das einschüttet und am Rumzappeln ist. Ich sage, das ist Sex. Da siehst du nichts an Schaum und gar nichts. Das muss halt echt gefaked sein. Wird aber auch gar nicht mal so unwahrscheinlich sein, denn heutzutage kannst du ja Fake-Flaschen, Fake-Louis-Thor-Tüten kaufen und bestellen im Internet, um den Schein zu wahren, so in Form des Geltungskonsums. Ist ja auch gar nicht mal so unüblich. Ich glaube, da hat auch irgendein Creator mal ein Video gemacht. Mhm. Habe ich ja auch schon gesagt. Deswegen also, der ist ein heftiger Blender. Sein Kanal ist übrigens oben in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar. Er macht auch Meinungscontent wie ich und ist auf jeden Fall ein stabiler Kerl. Lass uns mal seinen Abonnentencounter hochtreiben. Ich verfolge die Zahl, der ist gerade bei 3200 und ich bin gespannt, wie hoch wir den treiben können, ohne vorher so ein großes Brimborium drum zu machen. Eskaliert auf jeden Fall mal drüben. Wir wissen ja, was wir für eine starke Community sind. Wenn wir es schaffen, ihn über 10.000 Abonnenten zu pushen, verstecke ich im nächsten Video einen saftigen Amazon-Gutscheinscode. Je nachdem, wie hoch der Abo-Counter geht, vielleicht auch zwei. Was wir damals bei Carpe Diem geschafft haben, war wirklich insane. Vielleicht schaffen wir hier heute auch ein bisschen was. Aber erst mal ein Video fertig. So, gucken wir mal ganz kurz, wo er steht. 11.500. 8.000. Naja, schön. Es gibt übrigens auch noch einen dritten Ausschnitt, in dem er mit Champagner spielt. Nach der Reportage bekomme ich jetzt... Das ist ein Tatigé, glaube ich, der hier. Tatigé oder Bolliger. Bolliger, ich weiß nicht. Aber auch kein krasser Kampf bei Champagner. Bla, 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 bla. War ich mal so ein bisschen ausversichtlich... Digga, er soll mal hier mit der... Ach, wie heißt denn die nochmal? Die Imperial, Brutimperial. Es gibt noch so eine Flasche von einer anderen Champagner-Marke, die so sau teuer ist. Und da bekomme ich Kommentare, wirklich. Da fangen sogar ich an zu zittern. Und das ist scheiße, wenn man so anfängt zu zittern. Das ist doch scheiße. Dann lässt man mal was fallen. Er hat mir geschrieben, ich habe die Scherben dann am Handfeger weggemacht. Er will hier hoffen, Bruder, weil es ein öffentlicher Stadtpark ist. Wir haben das Flussverhalten von Champagner besprochen. Theo, ich persönlich kaufe dir das alles nicht ab. Und wenn man dreimal mit Champagner flext und das halt in die Leere geht, wie ich beim Isaac-Spielen vor dem Delirium halte, und du mit deinen Blumen angibst, die aber eigentlich die vom Stadtpark Oldenburg sind, weiß ich nicht, Bro. Sollte das alles fake gewesen sein? Eigentlich eh besser, weil sonst wird die Blumen nachher noch besoffen und pöbelt. Also das ist halt schon teuer, aber der ist auch nicht so krass und ist auch kein guter Champagner. Ach, 750 Euro die Flasche, das ist halt auch quatschig, ne? Ach, Champagner ist sowieso der gar so. Es gab aber eine einzige Szene, in der das Blubbergetränk tatsächlich echt war. Und die schauen wir uns an. Oh, ihr Pfennigfüchse. Die normale Moe, 50 Euro, na super. Oh, da habe ich mal meine Spendierhosen an. Der eine Bulle sagt Taschen leer, der andere muss lachen. Weißt du, was ich euch jetzt mal zeige? Das hört ihr mit eurer Freeway-Cola nicht wirklich hier. Mal so ein richtig schönes Geräusch. Warte mal, war dir das? So, duschen die Reichen hier, Pfandflaschensammler, könnt ihr mitnehmen. Erinnert ihr euch, dass ich vorhin von Edeka Billig Champagner geredet habe? Das gerade war der billigste von den billigsten bei Edeka. Schenke ich dir? Der war auf jeden Fall echt. Aber da sah man auch wunderbar, was passiert, wenn man eben mit so einer Pulle rumhampelt. Dass der gerade echt war, bestärkt irgendwie so ein bisschen meine Vermutung, dass da bei den anderen rumgefuscht wurde, weil darum zeigt er nur beim billigsten von den billigen, wie er ihn öffnet. Hier, Tati Jé zum Beispiel, Chad. Das hier ist ein sehr teurer Champagner. Oder Louis Röderer, oder wie der heißt. Ich weiß nicht, wie du das aussprichst. Hier, Chad. Das ist ein Champagner, wenn er den jetzt gekippt hätte, die Magnum hier, ne? Die ist, glaube ich, 6 Liter. Die Rosé. Wenn er die jetzt gekillt hätte, ne? Wenn er jetzt ausgekippt hätte, dann würde ich ihm ansatzweise glauben, Digga, dass er ein krasser Hafster ist. Aber das Ding, ja, 6 Liter, genau, 6 Liter Magnum. Magnum ist immer eine 6 Liter Flasche. Für 3,5. Dann würde ich sagen, Bruder, immer noch sehr, sehr cringe und unangenehm, was du machst. Würf Klicquot, auch schöner Champagner so. Aber das, mein Lieber, das ist ja wohl, das ist ja wohl dann wirklich der billigste Rotz. Hier der Louis Röderer ist auch noch guter Champagner. Aber ich bin nicht so der Champagner-Fan. Ich finde Weine geiler. Der Domperion Vintage ist auch ganz nett. Aber, ey, wie gesagt, das, was er da macht, ist halt einfach nur Blenderei und polarisieren wollen. Ist aber gut, weil wir können es da tatsächlich, Magnum sind immer 3 Liter, Bro. Magnum sind 3 Liter oder 6 Liter, meine ich, oder? Vielleicht bin ich, ich bin noch nicht so ganz drin, Digga. Ich bin noch nicht so ganz drin. Warum verhält sich der extrem teure Dompy halt eher wie Wasser? Also beantwortet euch die Frage selber. Ganz nach dem Charakteristischen habe ich was vorzuzeigen, zeige ich es auch. Und mal so komplett am Rande. Der Rage-Bated, ja, ja, safe. Wie peinlich ist es bitte als super reicher mit einem 40 Euro Getränk zu flexen. Zu guter Letzt wurde Theo der Backlash für sein Geflexe zu viel und er macht auf Hauruck angelehnt die Goldmedaille im Rudern. Ich meine, es war ja auch überhaupt nicht abzusehen, 6 Liter sind Methusalem, wusstest du aber. Nein, wusste ich nicht, aber gut zu wissen. ...kann das Verhalten, wenn es nicht mit Piklemmen Humor gespielt ist, sondern stumpf, höhö, guck mal, was ich hab, mäßig abläuft, nicht gut ankommt. Und selbst sein Geflexe war scheinbar nur geblendet. Mir geht's gut. Was kann der Kerl eigentlich? Nicht mass ab. Ich bin auch der Meinung, dass man was beim Klima tun muss, alles Mögliche. Ich bin keiner, der Politik studiert hat oder da in dem Bereich ganz... Ja, Bro ist einfach 18, will ein paar Follower machen, mehr nicht. Und wir machen es über ihn lustig und es kommt ihm ganz gerecht und gut ist, mein Gott, Digga, ist okay. ...unangenehmer Kauzo. Ich werde danach wieder die Instagram DM von ihm bekommen, aber mein Gott ist... ...deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen am Polarisieren bewusst gewesen, um das Ganze mal ein bisschen aufzuwirbeln. Du fliegst also nur Privatjet... Übrigens, schick mir mal bitte... Sagen wir 5 Privatjet-Rechnungen, die... Ja, Digga, ich wollte gerade sagen, ob er überhaupt Privatjet... Privatjet tatsächlich... Privatjet fliegt. Also, das weiß ich nicht mal. ...die über dich laufen, dann lösche ich dieses Video hier und schicke dir eine Entschuldigung samt Domperillon-Flasche zu. Was hältst du davon, hä? Dann darfst du auch deine Blumen damit gießen, aber dieses Mal bitte auch wirklich deine, ne? Ich bin kurz abgekommen. Er fliegt nur Privatjet, falls er überhaupt Privatjet fliegt, um zu polarisieren und somit auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Darf ich das jetzt als akzelerationistische Handlung deuten oder labert er mittlerweile nur noch Krudung, weil sein Denkapparat heißgelaufen ist vom Weben seiner Blendernetze? Hättest du dir das was... den Domperillon mal lieber auf deine eigene Bumsbirne draufgekippt anstatt auf die Blumen im Stadtpark Oldenburg, dann wird das jetzt vielleicht anders aussehen. Ich sehe schon, dass deine klimaaktivistische Methode die Zukunft sein wird. Bald klebt sich Edward mit den schweren Händen... Es gibt ja auch noch hier die Möglichkeit, Privatjet-Sharing zu machen. Da kannst du dir ein Ticket für den Privatjet kaufen und einfach für 6K mitfliegen. Nämlich nicht mehr auf dem Asphalt, sondern im nächsten selbst gemessenen Privatjet fest. Wenn man da mal blenden will, geht das auch. Flying for Future, oder was? Obacht, er verkündet nämlich jetzt, das Ganze ernsthaft anzugehen, ohne den ganzen Champagner und ohne Humor. Ich frage nochmal ganz gezielt nach. Wo genau war der Champagner und vor allem, wo war der Humor? Und dann kommt mal eine sehr interessante Aussage. Dazu würde ich sagen, das ganze Klimathema in der Account, die Steuerung F stellt mich natürlich so schlecht dar, wie es geht. Das darfst du mir jetzt erklären. Hat Steuerung F dich dazu gezwungen, diese Sachen zu sagen und nach der Reportage dieses affige Verhalten an den Tag zu legen? Selbst die Aussagen in der Reportage, die man schwer unvorteilhaft aus dem Kontext nehmen kann, weil die ohne und auch mit dem richtigen Kontext hoch utopisch peinlich sind. Aus dem Kontext schneiden funktioniert nur, wenn die Loslösung von diesem die Aussagen dramatisieren oder lächerlicher darstellen würden, was hier unmöglich der Fall gewesen sein kann. Und die Sätze sind schon für sich gestellt, egal wie man sie hinbastelt, unangenehm zahnschädigend, weil cringe. Aber ich würde vorschlagen, dass wir dieses Thema jetzt vorerst nicht machen. Komm, reicht jetzt auch an der Stelle, ist gut geworden.